Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Lunch & Learn. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich umso mehr, dass wir auch für die Mai-Ausgabe unserer Lunch & Learn-Serie wieder ein spannendes Thema gefunden haben. Heute soll es darum gehen, wie findet man eigentlich so die richtige Zertifizierung in der Salesforce-Welt, welche Zertifizierung ist vielleicht für euren Admin auch relevant und interessant. Ich habe dazu wieder zwei Kollegen mitgebracht, aber bevor wir einsteigen in das Thema, würde ich gerne mit euch nochmal ein bisschen rekapitulieren, was wir eigentlich in unserer Lunch & Learn-Serie immer so machen. Wir picken uns regelmäßig ein Thema heraus, wo wir sagen als Factory, Mensch, das begeht in unseren Projekten immer wieder. Das bewegt unsere Kunden, das bewegt andere Partner, das bewegt uns als Consultants in der Salesforce-Welt. Und dieses Thema nehmen wir, bereiten es vielleicht ein bisschen auf und teilen es mit euch. Wir möchten euch auch in den Sessions animieren, mit uns in die Diskussion zu treten. Ihr habt zum einen auch immer schon vor der Anmeldung die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und natürlich auch während unserer Session und auch heute eure Fragen hier in den Chat mit reinzuposten. Die nehmen wir dann live mit in unsere Session hinein und besprechen sie, diskutieren sie hier zusammen mit unserem Team, während ihr dabei zuschaut. Genau. Ich hoffe, ihr seid gut ausgestattet. Ihr seht, auch wir haben wieder uns ein bisschen versorgt mit Brezen und ein paar Getränken. Und ich denke, jetzt können wir langsam starten. Vielleicht starten wir erst mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Jeremias. Sehr gerne. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich, wieder dabei zu sein an der Stelle. Ich bin der Jeremias. Vielleicht kennt mich schon jemand von der Mastering the Marketing Cloud Session. Da war ich auch schon mal mit dabei. Ich bin jetzt insgesamt anderthalb Jahre bei der Factory und habe auch schon vier Zertifizierungen gemacht, darunter auch den Administrator. Mein Schwerpunktbereich liegt trotzdem mehr im Bereich der Marketing Cloud. Trotzdem ist der Admin natürlich auch super interessant, wenn man in Cross-Cloud-Projekten arbeitet. Und ansonsten freue ich mich, genau, wie ich schon erwähnt habe, auf jeden Fall wieder dabei zu sein. Ich gebe das Wort gerne an meinen Kollegen, den Krischer. Ja, ich bin Krischer, bin relativ frisch bei der Factory. Für mich ist das Thema Admin-Zertifizierung sehr aktuell gewesen. Ich habe jetzt vor meinem Urlaub, der gerade vorbei ist, die Zertifizierung erfolgreich bestanden und war für mich so der erste große Schritt in die Salesforce-Welt. Und jetzt kommen natürlich noch weitere Zertifizierungen und da haben wir auch ein brandaktuelles Thema und ich denke, da kann jeder heute was mitnehmen, der eben in diesen Bereich einsteigen will und Zertifizierung anpeilt. Genau, super, danke euch. Also wir haben zwei Kollegen dabei, bei denen ist die Admin-Zertifizierung noch gar nicht so lange her. Das ist super natürlich, wenn wir jetzt mal in den Erfahrungsaustausch reingehen und uns mal anschauen, was sind denn so die Tipps und Tricks, auf was muss man sich gefasst machen, wenn man eine Admin-Zertifizierung in Salesforce anpeilt. Vielleicht vorneweg muss man sich erst mal überlegen, welche Zertifizierung soll es denn sein? Der Admin als Einstieg gut, aber es gibt natürlich auch noch sehr, sehr viel andere Zertifizierungen im Bereich der Salesforce-Welt. Ich glaube, Jeremias, du hast da mal eine Übersicht vorbereitet, vielleicht kannst du die einmal teilen. Genau, sehr gerne. Ich nehme euch mal jetzt mit dem, was hier im Laptop zu sehen ist. Genau, wir sehen, es gibt für die unterschiedlichen Karrierepfade, die Salesforce bereithält, auch immer separate Zertifizierungen. Das heißt, wir finden welche für Admins, wir finden aber auch noch weitere Zertifizierungspfade, zum Beispiel für einen Salesforce-Developer. Wenn man da mal draufklickt, dann sieht man, da kommen auch ein paar andere Zertifizierungen noch her. Das heißt, ich kann einfach gucken, was ist so mein persönlicher Schwerpunkt in meiner Salesforce-Welt? Bin ich der interne Admin, wie wir ihn auch in der letzten Session hatten, der dann vielleicht die einzelnen Layouts optimiert? Oder bin ich eher vielleicht jemand, der administrativ darüber hinausgeht und auch wirklich neue Entwicklungen hineinbringen möchte in die Salesforce-Plattform? Dann ist es vielleicht eher ein Track rund um den Salesforce-Developer. Das geht natürlich weiter. Wir haben gehört, Jeremias hat einen Marketing-Cloud-Background und auch für diesen Bereich, für die Marketing-Cloud, gibt es einen einzelnen Zertifizierungspfad mit den entsprechenden Zertifizierungsprüfungen zusammengefasst, sodass man da auch sich einsortieren kann, welche Zertifizierung braucht es denn. Aber wir gehen nochmal zurück zum Salesforce-Admin und sehen hier ganz runter, klar, der Salesforce-Administrator-Path, das ist nicht nur eine Zertifizierung, sondern dahinter steckt auch noch ein bisschen mehr. Der Admin, der Advanced-Admin, es gibt den Business-Analysten, es gibt, glaube ich, weiter unten auch noch einen Platform-App-Builder. Also das ist ein ganzes Ammelsorium an Zertifizierungen, aber unsere Empfehlung ist ganz klar, man startet erstmal mit dem Admin, der legt die Grundlagen für viele, viele andere Dinge, die dann folgen können. Und wenn wir da mal reingehen, sehen wir, für jede Zertifizierungsprüfung gibt es auch immer noch viel Material von Salesforce on Top. Und das wollen wir uns heute auch nochmal anschauen. Es gibt nämlich zum einen auch immer ein Trail, wo drinsteht, welche Lösungen, welche einzelnen Trail-Module sollte man machen zur Vorbereitung. Da gibt es ein Trail-Mix. Ich glaube, Jeremias, du klickst gerade mal rein. Ich kann gerne mal kurz draufgehen, um vielleicht kurz zu beschreiben, was ihr gerade eh auf dem Bildschirm seht. Es gibt verschiedene Trails. Einmal gibt es den kompletten Trail sozusagen, der fasst die gesamten Informationen des Administrators zusammen. Und da ist wirklich sehr viel Material drin. Ihr seht hier oben auch von der Zeit, wir sind bei fast 60 Stunden. Also das ist erstmal eine Hausnummer. Soll man sich natürlich nicht von erschrecken lassen, weil da ist natürlich auch die eine oder andere Wiederholung jetzt mit drinnen. Aber wenn wir jetzt mal kurz durchklicken, genau, dann sehen wir hier schon, im Prinzip ist alles aufgereiht. Es gibt verschiedene Bereiche, auf die wir gleich ja auch nochmal eingehen werden. Aber im Prinzip habe ich hier von oben bis unten wirklich so eine Auflistung, wo ich mich durchklicken kann und wo ich hier Bereich für Bereich, und ihr seht hier auch im Prinzip immer, ist hier ein Haken, wenn was gemacht hat. Genau. Es ist nicht die einzige Art der Vorbereitung. Bei mir ist das jetzt nicht komplett alles ausgefüllt. Viele Bereiche habe ich auch über andere Lernmöglichkeiten abgedeckt. Aber es ist eben auch eine sehr gute Basis, um sich Wissen draufzupacken oder auch zu vertiefen an der Stelle. Sehr cool. Danke für deinen Insight. Die 60 Stunden, ist das realistisch? Ja, also insgesamt, wenn man seine Lernzeit zusammennimmt, denke ich schon, dass man diese Zeit dafür lernt. Gerade, es kommt darauf an, wie neu man in der Sales-Cloud-Welt ist. Wenn ich jetzt schon etwas länger auch vielleicht in einem System arbeite, dann kann es sein, dass man da durchklickt und viele Sachen sind einem schon total bekannt. Und das sind dann natürlich Dinge, die man vielleicht gar nicht so vertiefen muss. In meinem Fall war es jetzt auch so, es gab, auch wenn mein Schwerpunkt Marketing-Cloud war, oder ist, besser gesagt, auch schon viele Sachen, die ich schon wieder erkannt habe, wo ich gesagt habe, okay, hier brauche ich jetzt vielleicht auch nicht die komplette Zeit im Trail. Aber es ist eben, würde ich schon sagen, wenn man sich dafür jetzt vorbereitet, ist da schon eine Zeit, die man in etwa einplanen kann. Aber ich finde es eine interessante Info, auch als Marketing-Cloud-Konsultant, gerade wenn man in einer Umgebung unterwegs ist, wo vielleicht Marketing-Cloud oder Sales- und Service-Cloud im Einsatz sind, ist eine Sales-Force-Admin-Zertifizierung durchaus sinnvoll, weil es eben gerade für diesen Cross-Cloud-Gedanken viele Grundlagen auch legt. Wie funktioniert das Datenmodell? Was ist ein Formelfeld? Was kann man auf Sales- und Service-Seite alles noch machen, um dann auch in der Marketing-Cloud richtig zu befüttern? Also auch da ist die Zielgruppe gar nicht so eng gefasst. Klar, die erste oder die naheliegendste Zielgruppe sind einfach wirklich die internen Sales-Force-Admins, die tagtäglich in der Plattform unterwegs sind und sich darum kümmern müssen, dass für die Business-Prozesse die richtigen Felder da sind, die richtigen Layouts vorhanden sind, die User alle Zugriff haben und so weiter. Das wäre so die klassische Zielgruppe. Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt gute Möglichkeiten zur Zertifizierung. Habe ich auch mal eine Möglichkeit reinzugucken, wie sieht so eine Zertifizierung genauer aus? Hat Salesforce da was dabei? Ja, genau, auf jeden Fall. Also du spielst jetzt im Prinzip auf die sogenannten Probeklausuren an, wahrscheinlich, richtig. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal, das haben wir auch in unserer Session auch schon vorbereitet, da können wir eigentlich, glaube ich, auch an der Stelle reingucken, gibt es etwas, das nennt sich Focus on Force. Focus on Force bedeutet, ich kann mal ganz kurz draufklicken, kleinen Moment, das dürfte dieser Link hier sein, ja, ist der richtige, im Prinzip eine Klausurvorbereitung. Ihr bekommt Fragen gestellt, ihr kriegt quasi eine Prüfungssituation nachempfunden, die vom Prinzip her sehr nah an der echten Situation liegt. Also es sind dieselben Anzahl an Fragen. Es sind alle Bereiche abgedeckt, die im Prinzip im Administrator auch vorkommen. Was es nicht sind, es sind natürlich keine echten Prüfungsfragen, weil es ist klar, die Prüfung an sich, man soll ja die Bereiche lernen und nicht in die Prüfung gehen und das schon wissen, sondern man bereitet sich allerdings vor, was sehr schön bei Focus on Force ist, vielleicht kannst du das gleich zeigen, Grisha, ist, dass man auch eine Erklärung bekommt, wenn ich die Fragen durchgehe und ich habe eine Sache vielleicht noch nicht verstanden, dann habe ich auch immer, wenn ich was beantworte, im Nachhinein kann ich mir durchlesen, ah ja, okay, wie wäre es denn gelöst gewesen oder auch wenn ich es richtig habe, noch mal eine Erklärung zu haben, warum ist das so und viele Sachen, die man in den Prüfungen, ob das jetzt die echte Prüfung oder Focus on Force ist, wenn wir noch nicht so im Thema sind, dann kann es auch sein, dass man erst mal viele Fragezeichen hat und dass man sich überlegt, okay, davon habe ich jetzt vielleicht noch gar nichts gehört und da ist es natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, um sich so ein bisschen abholen zu lassen und zu verstehen, hey, was gibt es denn? Genau, ich gebe es vielleicht mal kurz an dich rüber. Okay, also wir sind jetzt hier schon direkt in der Plattform drin, Focus on Force. Wir gehen auch hier einfach mal auf einen Kurs direkt drauf, mein Kurs, jetzt sind wir hier bei Administrator-Exams und wenn ich hier draufsche, und genau, da sieht man hier schon die jeweiligen Punkte, die eben auch später in der Zertifizierung sehr wichtig sind und was halt hier wirklich sehr gut gemacht ist, das ist alles schon unterteilt. Man zitiert zum Beispiel Konfiguration und Setup, da können wir mal draufgehen, aber auch die anderen Themenbereiche sind eben einzeln unterteilt, weil in der Prüfung selber sind die Themenblöcke nicht sortiert. Das bedeutet, die Fragen komplett durcheinander, aber Focus on Force hilft einfach, dass man die Themenbereiche einzeln abdeckt und dann eben auch genau sieht, welchen Wissensstand hat man in dem jeweiligen Modul. Wir gehen jetzt hier mal auf das Erste drauf, wenn man hier jetzt mal drauf schaut. Man kann direkt auswählen, möchte man wirklich die Prüfungssituation, das heißt, man geht von Anfang bis Ende durch und sieht am Ende erst die Ergebnisse oder man kann auch die Fragen direkt nach dem Beantworten checken. Das machen wir jetzt einmal zum Zeigen. Genau, jetzt sind wir hier mal in dem Ersten drin. Start Examen und ungefähr so, wie das jetzt hier rauskommt, sieht es dann auch in der Prüfung aus. Hier sind jetzt ein paar Fragen mehr. Man sieht 69 sind es in dem Falle. Man sieht aber auch genau, gut, da war es schon eins angeklickt, da war schon jemand vorher dran. Man sieht eben, also erst einen Fragetext, dann Choose Answer. Das können auch mehrere Antworten sein. Man wählt dann im Endeffekt das jeweilige aus und unten kommt dann quasi der Text, ob es korrekt ist oder eben nicht. Und danach kommen eben diese angesprochenen Beschreibungen. Das heißt, man sieht eben genau, was dahinter steckt. Das ist natürlich sehr hilfreich, dass man nicht redet oder dann rumrätselt danach, wenn die Frage falsch ist, sondern man kann auch direkt folgen, was muss man denn tun. Man hat auch die Links noch da direkt dazu, dass man im Trail drin ist und das hilft dann natürlich ungemein zum Lernen. Und wenn man diese Fragen durchgeht und ich glaube, so ein Meilenstein war ungefähr, wenn man über 80, 85 Prozent von den Fragen weiß, dann ist man sehr, sehr sicher für die Zertifizierung, aber es ist natürlich auch ein sehr großes Themengebiet, was man da immer jeweils hat. Genau. Was man dann auch machen kann, das ist aus der Prüfung. Genau. Schauen wir mal ein zweiter. Ich kriege mal die nächste Frage rein. Man kann nämlich auch in dem Examen, das ist auch sehr ähnlich wie hier, die Frage sich merken und danach, wenn der Durchlauf da ist, nochmal auf die unsicheren Fragen drauf eingehen. Genau. Das sieht man hier jetzt zum Beispiel Make for Review. Das heißt, da kann ich dann später nochmal draufgehen. Und bei den Fragestellungen, das kann man vielleicht auch noch kurz mit abdecken, man muss eben genau auf die Wortstellungen achten. Oftmals ist auch ein längerer Text dran, wo vieles gar nicht so wichtig ist. Das bedeutet wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Man kann sich dann auch Sachen, ja, vielleicht gezielter anschauen. Meistens am Ende der Frage wird es dann nochmal spannend und dann eben entweder darauf eingehen, dass man die Sachen schon kennt. Dann klar, dann automatisch antworten. Manchmal muss man auch nach dem Ausschlussverfahren gehen, weil man dann einfach sieht, dass da manche Sachen unlogisch sind. Manchmal sind auch nur feine Begriffe unterschiedlich und das ist dann auch manchmal tricky, wenn man dann nicht den exakten Begriff weiß und dann kommt ein anderer, dann kann es eine kleine Falle sein. Ja, ja, klar. Und so diese ganzen Rahmenbedingungen, sage ich mal, wie lange darf ich bei der Prüfung Zeit mir nehmen? Wie viel Prozent muss ich richtig beantworten, damit ich auch die Prüfung bestanden habe? Wo finde ich die denn? Da gebe ich Sie, kannst du mir gerne geben. Richtig, ihr habt, ich zeige es mal am besten auch von der Seite. Ihr erinnert euch, wir waren am Anfang an dem Overview, damit ihr vielleicht genau seht, wie kriege ich diese ganzen Informationen, weil sie sind wirklich auch alle verknüpft, was ganz schön ist. Wenn ich jetzt hier auf den Administrator draufklicke, dann habe ich hier oben etwas, das nennt sich Get the Exam Guide und dieser Exam Guide, der fasst einmal genau diese Informationen zusammen und darunter ist eben auch die Information, wie viel Zeit habe ich für diese Prüfung, wenn ich jetzt hier einen kleinen Moment runterscrole, sehen wir auch, ah ja, okay, alles klar, wir haben insgesamt 60 Multiple-Choice-Fragen. Genau, wichtig in der Prüfung, das kann man vielleicht an der Stelle auch gleich erwähnen, es gibt 60, ihr werdet in der Prüfung 65 Fragen sehen, das heißt nicht, dass 65 Fragen in der Wertung sind, sondern es gibt im Prinzip 60 Fragen, die innerhalb der Wertung sind und 5 nicht bewertete Fragen. Das sind im Prinzip neue Fragen, wo Salesforce erst mal herausfinden möchte, machen die denn Sinn, wie ist denn so das typische Scoring bei den Fragen. Das ein bisschen gemeiner an der Stellung ist, dass ihr halt nicht seht, welche Fragen jetzt gescored sind und welche nicht, aber so vom Prinzip her oder von den Bereichen sind die Fragen im selben Bereich, also einfach durch alle durchgehen und genau. Das Examen hat eine Länge von 105 Minuten und ihr braucht einen Passing-Score von 65 Prozent. Also der Score, den ihr braucht, ist damit auch wirklich gar nicht mal so wahnsinnig hoch. Es ist natürlich auch leicht, bei Fragen hin und wieder mal was falsch zu beantworten, von daher ist es auch vielleicht ganz gut, dass der Passing-Score nicht so hoch ist, aber ich denke, da passt halt ganz gut, was du eben gesagt hast, Krischer. Wenn ihr in den Vorbereitungen bei circa 85 Prozent liegt, dann seid ihr wirklich relativ sicher und dann, genau, könnt ihr, glaube ich, schon relativ confident reingehen, was das angeht. Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt einen Fragen-Pool. Ändern sich die Fragen dann auch regelmäßig? Also gibt es da einen Rhythmus oder wie ist das von Salesforce strukturiert? Genau, an der Stelle kann man sagen, die Fragen werden zu den Releases upgedatet. Also ihr könnt auch nachschauen, das unterscheidet sich auch pro Bereich meines Wissens. Also für den Administrator gibt es da andere Zyklen als zum Beispiel, wenn man jetzt für die Marketing-Cloud Fragen schaut, dann gibt es ein paar, gibt es immer einen kurzen Zeitraum, in dem ihr auch keine Prüfung buchen könnt. Ich meine, der ist zwei bis drei Tage etwa und darauf werden dann neue Fragen in den Fragen-Pool, wird der Fragen-Pool gewechselt. Das bedeutet nicht, dass alle Fragen komplett gewechselt werden. Es sind immer noch alte Fragen drin, aber es sind immer ein paar neue Fragen drin, als wenn ihr jetzt zwei, wenn ihr jetzt lernt, ihr macht die Prüfung zwei, macht die Prüfung und dann erst in zwei Jahren wieder, kann natürlich gut sein, dass ihr die Fragen, dass ihr keine davon gesehen habt. Und das ist natürlich auch ein größerer Pool, also es gibt nicht nur exakt 60 Fragen, sondern es ist natürlich zufallsgeneriert, dass da mehrere Fragen drin sind. Genau. Und ich glaube, man sieht auch ganz gut, welche Schwerpunkte es pro Frage oder pro Zertifizierung gibt. Da sind da so Themenbereiche nochmal mit drin. Richtig. Dann kann ich auch anhand der Prozentzahlen dahinter ganz gut sehen, wo liegen die Schwerpunkte der einzelnen Zertifizierungsprüfungen. Was ist denn da beim Admin so besonders wichtig? Genau, also hier haben wir das Bild schon. Das sind die prozentualen Aufteilungen schon direkt da. Das heißt, wenn man hier jetzt zum Beispiel das erste Feld aufmacht, da sieht man auch die Unterpunkte, ist alles relativ genau beschrieben. Es ist natürlich Auslander, wie es jetzt hier steht, aber das ist auch schon eine Menge, wenn man da nachforscht. Und genau, da sieht man nämlich auch gezielt schon die Gewichtung. Das heißt hier Configuration und Setup 20 Prozent. Andere Bereiche haben dann zum Beispiel nur 7 Prozent. Das heißt, man kann schon grob sich vorstellen, wie viele Fragen zu welchem Thema kommen. Und da eben nochmal eben dieser Quereinstieg zu dem Focus on Force, dass man da eben genau sieht, welchen Bereich man schon gut im Griff hat und so die Themen abklappern kann. Dann noch ein Hinweis, ich habe da auch noch was vorbereitet, wie ich mich jetzt für die Prüfung vorbereitet habe. Ich habe mir diesen Guide eigentlich rauskopiert und habe mir dann zu den jeweiligen Punkten eben noch Sachen dazu geschrieben. Ich kann mal kurz reingehen, hier sieht man auch wieder diese Kopie. und dann habe ich hier einfach die Themen rausgeschrieben, die ich gefunden habe. Da waren auch verschiedene Quellen dabei. Da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal mit drauf. Und ja, so hat mir das dann eigentlich geholfen, nochmal eine Zusammenfassung zu kriegen. Im Endeffekt hat man dann aber schon auch relativ viele Bereiche, aber das hilft dann eigentlich am Ende dann nochmal wirklich die wichtigsten Punkte abzuklappern und dann nochmal für sich selber die Zusammenfassung durchzugehen. Ja, cool. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, am besten merkt man sich wirklich Dinge, die man auch mal selber runtergeschrieben hat, durchdacht hat beim Zusammenfassen und dann in einem Word-Dokument oder auch in einer Mindmap oder je nachdem. Da hat, glaube ich, jeder so seine eigene Präferenz zu einem Tool auch nochmal für sich rekapituliert. Cool. Ja, super spannend. Also jetzt hatten wir quasi den Trailmix einmal als Vorbereitungstool. Wir haben schon über Focus und Force gesprochen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn ich mich jetzt für so eine Prüfung vorbereiten möchte? Ja, kurzen Moment. Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Frage, glaube ich, gerade. Kannst du dieses Sheet teilen? Ja. Ja, du meinst, vermutlich ist das persönliche Vorbereitungssheet gemeint. Ich glaube fast, das ist persönliche Vorbereitung, oder? Also bei mir ist es so, ich müsste es tatsächlich nochmal aufbereiten, weil am Ende war es dann doch etwas wilder, nicht mehr ganz so strukturiert. Aber beim nächsten Punkt, da sieht man schon, wo ich auch wesentlich viele Infos rausgemacht habe, aber ich kann es sicherlich auch nochmal aufbereiten, weil wir das bei uns im Team ja auch schon ausgearbeitet haben. Ich denke, da kann man dann sicherlich auch nochmal was zur Verfügung stellen, wird aber vielleicht ein paar Tage dauern. Ja, und ich glaube auch wirklich, der Effekt, es selber zu schreiben, ist nochmal ein sehr viel größer in der Vorbereitung, als wenn man es als Vorlage übernimmt und dann vielleicht einfach nur in Anführungsstrichen liest und zum Zusammenfassen nimmt. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Lerneffekt und einfach so dieses, was man sich wirklich auch merkt, ist da einfach sehr viel größer, als wenn man es liest. Weil die Zertifizierungsbrücken soll ja nicht nur dazu dienen, dass man sie besteht, sondern eigentlich, dass man das Wissen dahinter auch wirklich verinnerlicht und dann auch zukünftig anwenden kann. Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf und zwar folgendes, ich hatte ja auch verschiedene Lernsourcen natürlich, er kommt auch noch gleich mit den Certification Days zum Beispiel, kommen wir noch drauf zu sprechen. Was aber natürlich auch sehr hilfreich ist mit dem Trailhead, man klickt die Sachen erstmal durch und man kennt sich aus mit Salesforce, man weiß, wo die Sachen sind. Denn hier intern durfte ich auch das Admin-Training mitmachen. Das hat auch sehr geholfen, weil ich dann genau gleich wusste, wo was ist. Und manche Sachen muss man auch einfach einmal sehen, weil da kommt irgendeine Frage mit Datum-Einstellung zum Beispiel. Und wenn man das dann mal gesehen hat, durchgeklickt hat, dann vergisst man das auch nicht mehr. Wenn ich nur anhand der Ressourcen irgendwas abgeschrieben habe oder mitgeschrieben habe, dann hat das oftmals nicht so den langhaltigen Lernerfolg. Also da haben auch wirklich, wenn man die Sachen selber durchklickt, da haben auch Fokus und Force wieder gut. Man sieht einfach den Bereich und man kann es selber nochmal nachvollziehen. Das ist dann eben auch sehr hilfreich. Und was wir als Team auch noch gemacht haben, da dazu nicht nur das Schriftliche, sondern wir haben selber die Themen auch etwas unterteilt. Und dann hat jeder einen Teil vorgestellt und dann eben auch visuell. Und dann hat man die Sachen auch durchgeklickt. Und das war eigentlich wirklich ein guter Schlüssel, weil das vergisst man auch nicht. Das war ja auch in der Prüfung, ah, in dem Feld war das. Und dann kann ich das gleich wieder aufrufen. Cool. Also ihr habt wirklich auch euch mit mehreren Leuten zusammengefunden und parallel dann vorbereitet, oder? Genau, parallel. Wir waren jetzt eine Gruppe von drei Leuten im Endeffekt. Und ich hatte dann zum Beispiel mit dem AppExchange und da gab es einfach auch so ein paar Sachen, wo man genauer nachschauen konnte. Und das hat mir dann auch geholfen, das weiß ich auch jetzt noch nach wie vor am besten natürlich, wenn man sich da am meisten reingefuchst hat. Und eben die Anwendung ist halt wichtig, weil ich muss es ja im Alltag dann auch wirklich können. Wenn ich das nur vom Dokument lese, dann stehe ich das nächste Mal wieder da, kann es nicht anwenden. Und da ist es schon wichtig, dass man auch wo weiß, wo die Sachen sind und dann eben auch im Wiederfinde dann. Genau. Und bei manchen Fragen, die waren auch etwas heikler. Vom Verständnis her, da kann man natürlich dann auch nochmal Kollegen fragen und dann wird einem da auch immer gern geholfen. Das hat mir auch nochmal geholfen, wenn man eine Ressource hat, wo man einfach nochmal fragen kann. Genau. Wenn man jetzt keine Kollegen hat, weil man vielleicht der einzige Admin ist, dann gibt es immer noch die Community, glaube ich. Community, genau. Also vielleicht kennt das der eine oder andere von seinem lokalen Ort. Es gibt Community-Treffen regelmäßig für Admins, auch für andere Rollen, wo man auch andere Kolleginnen kennenlernen kann, die im Salesforce-Umfeld unterwegs sind. Und darüber hinaus, du hast es erwähnt, klar, wir haben zum Beispiel auch Trainings im Angebot für Admins, wo man auch nochmal andere kennenlernen kann, die auch im Salesforce-Umfeld unterwegs sind. Vielleicht findet sich dann da auch jemand einen Tandem-Partner, mit dem man zusammen sich für diese Prüfung vorbereiten kann. Das muss ja nicht, man muss ja nicht vor Ort sein, man kann das alles auch super remote machen und dann sich zusammen telefonieren, Themen durchdiskutieren oder gegenseitig vorstellen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, auch noch als ein weiteres Tool, wie man so optimal in eine Preparation, in eine Vorbereitung für diese Zertifizierungsprüfung gehen kann. Genau. Aber ich glaube, Jeremias, du hattest auch noch ein anderes Tool im Kopf, oder? Ja, genau. Es gibt eine ganze Menge Tools, und ein weiteres Tool, das man hier auch gerade auf meinem Bildschirm sieht, sind die sogenannten Salesforce Certification Days und das ist echt super. Das sind im Prinzip, um es kurz zu umreißen, Salesforce bietet Webinare an, zu denen ihr euch einschalten könnt und diese Webinare sind speziell für die Prüfungsvorbereitung. Also ihr habt im Prinzip ein, ihr seht es jetzt hier, habe ich jetzt ein Beispiel, ich gucke mal gerade, hier ist es jetzt für Marketing Cloud Administrator, das ist jetzt nicht ganz die Richtung, im Augenblick ist keins für den normalen Admin drin, aber trotzdem vielleicht hier kurz am Beispiel, das ist ein eintägiges Seminar, also in dem Fall, jetzt müsste ich kurz rechnen, es sind tatsächlich fünfeinhalb Stunden, die das Seminar geht, und da werden im Prinzip die ganzen Bereiche aufgerollt und einmal durchgegangen, so die Kerninformationen, die man braucht, um diese Prüfung zu bestehen. Natürlich aufgepasst, wir haben eben schon gelernt, die Prüfungsvorbereitungen sind so ungefähr 60 Stunden, diese fünfeinhalb Stunden reichen natürlich nicht, um das Ganze komplett zu verstehen und um zu umreißen. Aber es ist eben sehr gut, gerade wenn man schon gelernt hat, da ein bisschen zuzuhören, es wird viel erklärt und es ist auch ziemlich gut gemacht, also es ist wirklich sehr, sehr verständlich, die machen die Sessions regelmäßig und ich finde, das merkt man auch, das ist eine schöne Sache, um sich nochmal abholen zu lassen und das ist auf jeden Fall noch eine weitere Möglichkeit und daneben ist auch eine gute Chance, sich vorzubereiten. Es gibt zum Beispiel auf diversen Lernplattformen, Udemy zum Beispiel, verschiedene auch Videokurse, die man sich ansehen kann. Sind wir schon wieder live? Gut. Wir sind wieder live, sehr gut. Technische Probleme kommen auch noch. Kurze technische Probleme, ich hoffe, ihr seid noch da. Entschuldigung auf jeden Fall dafür. Genau, um vielleicht den Blog nochmal kurz zu wiederholen, ich habe eben darüber gesprochen, dass ihr die Möglichkeit habt, euch über diese Certification Days anzumelden und da die Videokurse von Salesforce zu besuchen, die sehr gut zu Abrundungen sind, wenn ihr euch schon ein bisschen vorbereitet habt und darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, euch eben bei diversen Videoplattformen, gibt es viel Lernmaterial, was sehr sinnvoll ist, auch Videokurse, Udemy zum Beispiel, eine gute Plattform, da könnt ihr reinschauen, da gibt es viel Material und echt ganz gute Kurse. Also ich habe auch damit gelernt, speziell jetzt mit den Videokursen und die liefern einen sehr guten Rundumschlag, um so ein bisschen sich reinzufuchsen, sage ich mal. Sehr cool. Dann würde ich noch mal kurz rekapitulieren. Wir haben jetzt schon einiges an Vorbereitungsmöglichkeiten besprochen, die es gibt. Wir haben einmal von Salesforce selber den Exam-Guide, wo wir zum einen auch ein paar Beispielfragen drin haben, die Schwerpunkte zum Thema und auch den Verweis zum Trailmix für die jeweilige Prüfung finden, an der Stelle für die Admin-Zertifizierung. Es gibt die Möglichkeit, über Zertifizierungsdays sich weiter reinzuarbeiten oder was wir auch immer empfehlen, über Gruppen oder auch öffentliche Trainings wie bei uns, sich einfach tiefer noch in das Thema reinzuarbeiten. Persönliche Vorbereitung, du hast gesagt, ist auch immer ein Thema. Jeder sollte vielleicht da selber für sich auch mal gucken, welches Tool ist interessant und was nutzt man auch aktiv. Was wir, glaube ich, auch gerne noch erwähnen möchten, es gibt natürlich auch viele, viele Fragen-Dumps. Leider, muss man ehrlicherweise sagen, weil wenn ihr mit denen lernt, seid euch nicht sicher, dass a. die Fragen stimmen und b. eigentlich ist es kein legales Tool, um sich auf eine Zertifizierung vorzubereiten. Das nochmal mit erwähnen. Deswegen nutzt einfach die Möglichkeit an Tools, die wir euch gerade vorgestellt haben. Damit kommt ihr super gut durch die Prüfung. Jetzt sind wir so weit, das Versagen. Ich bin gut vorbereitet. Wie geht es denn jetzt weiter? Wo kann ich mich überhaupt anmelden für die Zertifizierungsprüfung? Ja, genau. Um für die Prüfung, um die Prüfung starten zu können, gibt es eine Plattform, oder wo die Prüfung stattfindet und die nennt sich Web Assessor. Ich gucke mal gerade, hier ist der richtige Tab, richtig? Ich bin hier in dem Fall auch schon angemeldet. Wenn ihr sagt, hey, super, okay, passt alles, ich bin super Vorbereitung, ich habe die 90% sogar geschafft, spitze, jetzt möchte ich aber am besten schnell den Admin machen. Dann habe ich hier diese Möglichkeit, mich auf dieser Plattform Web Assessor anzumelden, mir einen Account zu machen und ihr seht hier schon, ihr habt im Prinzip vier verschiedene Tabs, die ihr sehen könnt. Relevant für uns, das ist jetzt nur der Homescreen am Anfang, My Assessments, da können wir auch gerne gleich kurz draufklicken. Das sind jetzt in dem Fall auch meine Examen, die ich schon bestanden habe oder generell absolviert habe oder die schon anstehen. Können wir vielleicht auch kurz draufklicken, damit ihr seht, wie das aussieht. In dem Fall seht ihr jetzt auch bei mir, ich habe auch ein weiteres Examen am 15. Mai, allerdings nicht den Admin. Und wenn ich jetzt hier sage, ich möchte gerne ein neues Examen starten, dann gehe ich hier auf Register for an Exam und jetzt seht ihr hier im Prinzip, ich habe eine Auflistung von allen Bereichen oder allen Exams, die ich so machen kann. Also wenn ich jetzt hier draufgehe, kann ich sagen, oh super, in dem Fall habe ich den Admin jetzt schon, also müsste ich jetzt im Prinzip den normalen Salesforce Administrator nicht nochmal machen. Aber ich könnte jetzt sagen, wow super, ich möchte jetzt unbedingt den Advanced Admin machen. Könnt ihr hier draufklicken. Jetzt seht ihr hier im Prinzip drei verschiedene Möglichkeiten, euch für das Examen anzumelden. Ihr könnt entweder einen Examen online protected machen, also im Prinzip bedeutet das, ihr macht es zu Hause vor eurem eigenen, vor eurem eigenen Laptop, in eurem eigenen Raum. Ihr könnt es on-site machen. Das bedeutet, es gibt verschiedene Räumlichkeiten in Deutschland, meistens in großen Städten, die anbieten, solche Examen zu machen. Da macht ihr euch dann auch einen Termin aus zu einer bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit, fahrt dann dahin und nehmt das Examen dort. Und die dritte Möglichkeit ist im Prinzip Event. Und Event ist im Prinzip ähnlich wie das on-site, nur dass es halt spezielle Events gibt, wo es halt die Möglichkeit gibt, das Examen zu machen. Vielleicht, Grischa, an dich. Du hast ja jetzt auch dein Examen gemacht. Welche Examsvariante hattest du denn gemacht, als du dein Examen gemacht hast? Also, was noch besonders ist, ich habe es online zu Hause gemacht, am Anfang. Und dann ist es so, man kann auch direkt noch als Information noch einen Case stellen, weil wir sind jetzt ja nicht englisch-muttersprachig. Man kann Extended Time beantragen über einen Case. Und zwar geht es folgendermaßen, hier oben über das Helpfeld kann man dann weitergehen, da kann man einen Case stellen, zu der jeweiligen Zertifizierung. Und dann bekommt man 30 Minuten mehr Zeit. Und das habe ich dann eben quasi für meine Online-Prüfung gemacht. Und das wird dann hier auch automatisch angezeigt. Da steht dann quasi IT einfach dahinter bei der Admin-Zertifizierung. Und dann, genau, kann man das eben verlängern. Und ich habe das beantragt, aber die Zeit war jetzt lang nicht notwendig, weil irgendwann hat man die Fragen durch. Und wenn man es das zweite Mal durch hat, dann ändert sich dann auch nicht mehr so viel. Also die Zeit ist eigentlich weniger das Problem. Aber klar, ich habe mich dadurch sicher gefühlt. Ich habe es dann gerne gemacht, habe es aber auch jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil die Zeit, wie gesagt, war ausgiebig. Und eben, weil wir gesagt haben mit der Online-Prüfung, ich habe es zu Hause gemacht und ich hatte tatsächlich dann einen Internethänger. Das war meine erste Prüfung. Da bin ich ein bisschen nervös geworden dann in dem Fall. Das war dann so, dass dann eine Unterbrechung stattgefunden hat bei mir. Und da kam dann eine Meldung von wegen Prüfung wird unterbrochen. Die prüfen das und dann wird es wieder weitergehen. Und das hat dann nicht stattgefunden. Das heißt, ich bin dann rausgeflogen aus diesem Modul und man bekommt dann automatisch eine E-Mail und das wusste ich am Anfang nicht. Darum sage ich es jetzt euch, falls es euch passieren sollte. Easy, ruhig bleiben. Man kriegt eine E-Mail, die muss man halt wissen, die man im Webassessor angegeben hat. Da geht die E-Mail hin. Man klickt dann dort drauf, da ist dann ein Help-Support, da gibt es dann einen Chat und die machen dann halt im Endeffekt einen Internet-Check, war es bei mir jetzt in dem Fall, wie schnell das Internet ist. Und dadurch ging es dann eben wieder weiter. Ich hätte dann aussuchen können, ob ich direkt weitermachen möchte oder am nächsten Tag. Und dann habe ich es am nächsten Tag gemacht im Büro und da war die Internetverbindung sehr stabil und gab auch kein Problem mehr. Gibt es sonst noch irgendwas, was man vorbereiten muss, gerade wenn man jetzt zu Hause die Prüfung macht? Genau. An der Stelle, was ihr auf jeden Fall zu Hause vorbereiten müsst, damit sie, also es gibt, auch wenn ihr die Prüfung zu Hause macht, natürlich eine Kontrollinstanz, die schaut, eure Webcam wird sozusagen überprüft und euer Bildschirm, damit ihr natürlich nicht da sitzt und alle Informationen vor euch habt und einfach sagt, hey super, ich lese hier alles ab und mache die Prüfung. Genau. Das bedeutet, dafür müsstet ihr im Prinzip eine Software installieren. Es ist inzwischen, gibt es einen Online-Browser, den ihr dafür installiert. Ich würde euch klar empfehlen, das nicht fünf Minuten vor der Prüfung zu machen, sondern am besten einen Tag vorher, wenn ihr das das erste Mal macht. Müsst ihr auch eure Personalien also alle eingeben. Ihr müsst noch ein Foto machen zur Verifizierung. Das wird auch, soweit ich das noch in Erinnerung habe mit eurem Personalausweis, dass ihr den auch nochmal vorzeigt. Also genau ein bisschen was, was ihr vorbereiten müsst, aber im Grunde genommen auch nicht so wild. Das, was ihr im Gedächtnis haben müsst, wenn ihr euch entscheidet, die Prüfung online zu machen, es gibt Stichproben, die von euch verlangen, dass ihr euren Raum einmal abfilmt. Also im Prinzip, dass sie schauen, wo guckt ihr denn hin? Ist da etwas zu sehen? Sind da vielleicht irgendwo Lösungen niedergeschrieben oder Sachen, die ihr nicht zeigen solltet? Und das Zweite ist natürlich, in deinem Fall war es jetzt gut, die Technik hat nicht funktioniert, du hast noch einen Zusatztermin bekommen. Natürlich, wenn ihr das selber macht und ihr habt irgendein Virenprogramm drauf, die euch jetzt hindern würden, in die Prüfung zu gehen, das ist dann im ersten Fall eure Technik. Und wenn ihr natürlich zu einem Prüfungscenter geht, dann habt ihr natürlich den Vorteil, ihr verwendet nicht eure eigene Technik. Es ist so ein Abwägen, wie aufwendig wäre es jetzt zur nächsten Prüfungssituation zu gehen, um dort eine Prüfung zu machen oder macht ihr es zu Hause? Es kann entspannter sein, die Prüfung zu Hause zu machen, gerade wenn man sich in den eigenen vier Räumen vielleicht auch roler fühlt. Es kann aber in Einzelfällen natürlich auch stressiger sein, wenn ihr halt in eine blöde Situation kommt, dass dann irgendwas nicht ganz so funktioniert. Ich glaube, dazu haben wir auch eine Frage bekommen, nämlich kann ich eine Testprüfung machen, bevor ich an der echten Prüfung teilnehme. Wie geht das? Genau, das geht. Zum einen ja Focus on Force ist ja im Prinzip, wenn man so möchte, auch eine Testprüfung. Klar, wie gesagt, nochmal mit eigenen Fragen, die aber sehr vergleichbar sind, in der ihr eine sehr genaue Auswertung bekommt. Und wenn ich das richtig, das habe ich noch nicht in Anspruch genommen, aber soweit ich weiß, habt ihr auch hier auf dem Web Assessor, ich glaube, Krischer, du hattest das auch erwähnt, die Möglichkeit, hier auch nochmal eine Testprüfung abzulegen. Genau, da habe ich auch was gesehen, für 20 Dollar kann man das machen, das habe ich auch nicht in Anspruch genommen. Müsste auf der Plattform auf jeden Fall gehen. Was aber auch wichtig ist, man kann einen Pre-Check machen, da wird die Kamera alles geprüft, also jetzt nicht unbedingt die ganze Prüfung, aber einfach, ob die Technik funktioniert, das kann man vorher schon mal checken und dann ist man da auch schon mal sicherer. Genau. Die Internetverbindung grundsätzlich überhaupt geeignet ist und so, das wird da geprüft, ja. Aber dass man die Prüfung jetzt quasi doppelt macht, einmal zählt es, einmal nicht, das jetzt nicht. Man ist dann wirklich, die Kamera startet und dann geht es los. Also man kann das dann auch nicht mehr zurück, sondern die Zeit läuft und dann geht man durch. Was kostet denn eigentlich so eine Prüfung? Die kostet 200 Dollar. Wenn man es beim ersten Mal, oder wenn man es nicht besteht, dann sind es mal nicht 100 Dollar und da ist es aber auch Für die Wiederholung dann? Für die Wiederholung, genau. Also man wird es nicht belohnen, wenn man es nicht besteht, aber bei der Zweitprüfung ist es ein bisschen günstiger. Das ist genau ein guter Punkt, was wir auch noch gesehen haben bei diesen Third Days zum Beispiel, da gibt es dann auch Voucher, dass es eben ein bisschen günstiger ist. Da gibt es immer mal wieder Events von Salesforce, wo das angeboten wird. Ja, da spart man sich teilweise, es ist nicht immer gleich mal 30 Prozent, weil es sind auch nur 10 Prozent, gibt es verschiedene Voucher. Und ja, das ist dann die Sache, was noch spannend ist, wenn man jetzt eine Prüfung wirklich nicht bestehen sollte, dann gibt es da Regelmäßigkeiten. Ich meine, wenn man das erste Mal nicht besteht, hat man 24 Stunden eine Sperre. Dann ist auch noch, glaube ich, noch mal eine Sperre von zwei Wochen drin. Und wenn man es dann nicht bestanden hat, dann muss man in den nächsten Term rein. Weil wie wir es vorhin gesagt haben, es ist eine Fragepol und die wiederholen sich auch ein bisschen. Das heißt, wenn man die jetzt fünfmal nicht besteht, dann weiß man die Fragen irgendwann so aus. Und darum rutscht man in den nächsten Zeitraum rein. Da haben wir auch noch eine Frage bekommen. Was sollte ich während der Prüfung vermeiden? Vielleicht, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen unterscheiden nach On-Site-Prüfung und Online-Prüfung, oder? Was sind da so eure Erfahrungen? Ja, da, genau, in erster Linie natürlich spicken während der Prüfung ist jetzt nicht unbedingt so ein Vorteilhaft. Es wird, es ist von euch verlangt, dass ihr natürlich keine Recording-Devices irgendwo jetzt hinten platziert habt, dass ihr die Prüfung aufnehmt. Also im Prinzip alles, was in die Richtung Betrug geht, natürlich klar vermeiden und würde ich euch auch wirklich nicht empfehlen, weil Salesforce hat ja schon den Finger drauf und man möchte da vielleicht auch nicht im System sein, als jemand, der damit schon mal negativ aufgefallen ist. Ihr dürft, wenn ihr die Prüfung jetzt in Person macht, Entschuldigung, zu Hause bei euch, auch den Raum natürlich nicht verlassen, weil die können nicht überprüfen, ob ihr jetzt nur mal kurz ins Bad geht oder ob ihr jetzt da im Prinzip noch Unterlagen habt. Trinken dürft ihr während der Prüfung? Essen ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe es noch nie gemacht, weil ich während der Prüfung nie das Bedürfnis hatte. Es ist ja auch nicht so lang. Man hält es, glaube ich, auch. Man schafft es, glaube ich. Das könnte man auch schaffen, vielleicht vorher noch ein Butterbrezen essen und dann... Aber ich glaube, wenn ihr euch Traubenzucker oder so jetzt mitnehmt in die Prüfung, gibt ihr so klassische kleine Booster oder so. Ich glaube, da sagt auch keiner was. Also, was ich auch noch geschaut habe, einfach, dass der Raum im Hintergrund clean ist, dass man da jetzt nicht zehn Bilder hängen hat oder irgendwelche Dokumente, Bücher haben wir im Endeffekt rausgetragen dann oder auch ein Telefon war im Hintergrund. Das habe ich dann auch weggenommen, dass da ja kein Verdacht ist irgendwie, dass das aufgenommen wird. Darum einfach relativ clean alles halten und ja, man muss halt davon ausgehen, es gibt auch Fälle, wo die wirklich wollen, dass man mit der Kamera rumläuft. Also ein fester Desktop ist auch nicht so ideal. Ein Laptop oder eine Webcam wird auch eigentlich empfohlen, dass man wirklich den Raum abfilmen muss. Kann auch sein, dass man einen Tisch filmen muss. Also das kann im dümmsten Fall halt wirklich passieren, da auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Diese stichprobenartigen Tests eben und dann geht es auch nochmal weiter, genau. Und im Endeffekt, was ich am Anfang ein bisschen spooky fand, weil man wird ja dabei gefilmt, aber man sieht ja nicht gegenüber, dass da irgendwas ist. Das heißt, man weiß permanent, ich werde gerade betrachtet, aber ich sehe nicht, was hinter der Kamera steckt. Genau. Ich glaube, bei Brillentriggern gibt es auch noch, kann es auch sein, dass ihr mal die Brille runternehmen müsst, oder? Wie war das? Genau, also ich trage ganz gern Brille auch, weil es mir beim Lesen entspannter fällt. In meinem Ausweis war jetzt keine Brille drauf und dann bei meinem Dummy-Foto am Anfang war auch keine Brille und dann, wo der Kamera-Check ist, habe ich die Brille dann auch runtergenommen. Aber dann während der Prüfung natürlich nochmal getragen. Okay, also das war okay. Das ist am Anfang Kamera-Check und da wird das nochmal geprüft. Da gibt es dann auch so ein paar Bilderchen, wie es nicht aussehen sollte. Das heißt, das Gesicht sollte wirklich komplett drauf sein, nicht irgendwie, dass der halbe Ausschnitt fehlt. Genau, und halt auch keine Mütze oder so oder schlechtes Licht, dass von hinten voll die Sonne rein scheint. Genau, aber das ist auch gut beschrieben. Okay, jetzt haben wir schon bei dir gehört, dass auch mal was schief gehen kann bei so einer Prüfung. Ja, Verbindung weg. Ich glaube, Jeremia, bei dir ist auch ein bisschen was schief gegangen. Ja, tatsächlich. Bei der letzten Zertifizierung hatte ich die Schwierigkeiten, dadurch, dass der neue Browser im Prinzip verfügbar war, habt ihr ein wirklich Fenster, in dem ihr sowas wie Schriftgröße nicht mehr verändern könnt. Und klar, es gibt einen Shortkey dafür, aber durch die Aufregung hatte ich den nicht mehr ganz griffbereit, sage ich mal, und habe den Support dann nachgefragt, wie man denn so etwas kurz beheben kann, wie ich die Schrift etwas größer kriege. Und in dem Moment, ich hatte keine versteckten Kameras oder sonst irgendwas hinter mir. Es sah auch relativ aufgeräumt aus. Trotzdem ist dann, als mir gesagt wurde, wie ich die Schrift größer bekomme, dann gab es ein Bild, was etwas reflektiert hat, weil die Sonne dann reinkam. Was dann zur Folge hatte, dass ich circa eine halbe Stunde drüber mit dem Support-Menschen gesprochen habe, wie ich mein Laptop denn ausrichten kann, dass das kein Problem ist. Was natürlich in so einer Situation, wenn man sowieso schon gestresst ist, natürlich nicht ganz so angenehm ist an der Stelle. Mein Learning daraus war so ein bisschen, also ich habe dann den Laptop irgendwann woanders hingestellt und habe mich dann etwas drüber gebeugt. Da war es dann okay. Es war nicht die angenehmste Prüfungshaltung, aber es hat dann Gott sei Dank gepasst und die Prüfung hat dann auch geklappt. Also alles in Ordnung. Aber ihr müsst natürlich im Kopf behalten, wenn ihr den Support im Anspruch nehmt, das sind die Menschen, die auch kontrollieren, ob alles richtig läuft. In dem Moment, wo ihr den Leuten schreibt, haben die natürlich ein stärkeres Auge auf euch. Ihr müsst nicht was falsch machen, sondern es kann auch einfach sein, dass irgendetwas für die nicht ganz durchsichtig ist und die euch dann trotzdem Anweisungen geben, dass ihr etwas anders machen müsst. Wenn ihr natürlich ein wichtiges Problem habt, was ihr klären wollt, in meinem Fall wäre es jetzt auch blöd gewesen, die kleine Schrift zu haben, müsst ihr natürlich im Hinterkopf behalten. Es kann dann natürlich sein, dass ihr auch irgendwas verrücken müsst, weil das nicht ganz passt. Deswegen habt da vielleicht den Kopf, wenn ihr sowas schreibt, sollte im besten Fall nicht irgendwas nicht aufgrund sein. Aber noch eine Frage. Wenn ich die Prüfung nicht bestanden habe, darf ich wiederholen? Ja, das darf man. Das ist kein Problem. Ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, Grisha, es gibt so ein bisschen den Rhythmus, nach dem man wiederholen darf. Also man hat, wenn man das erste Mal nicht bestanden hat, eine Sperre von 24 Stunden. Danach kann das auch mal länger sein. Grundsätzlich ist das ja aber eine Prüfung, die auch bezahlt ist. Die kann man schon wiederholen, so oft wie man möchte. Aber es kann halt sein, dass gewisse Sperrzeiten dazu kommen, wenn man es mal nicht bestehen sollte. Aber es ist kein Beinbruch. Und ich glaube, es ist auch eine ganz gute Überleitung zu dem eigentlich, was passiert nach der Prüfung. Denn egal, ob bestanden oder nicht bestanden, ihr bekommt immer nach der Prüfung innerhalb von drei, vier Minuten eine Ausweitung pro E-Mail. Und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis zur Vorbereitung auch, weil die einzelnen Themenschwerpunkte, die in der Prüfung abgefragt werden, sind in der Auswertung auch nochmal aufgeführt. Und ihr seht auch, wie viel Prozent habt ihr pro Themenbereich erreicht. Das ist super hilfreich, falls es mal nicht geklappt haben sollte, um dann nochmal zu gucken, okay, im Bereich Reporting-Dashboard war ich gut, aber im Bereich Datenmodellierung, da muss ich mich nochmal weiter vorbereiten. Da haben vielleicht nur drei, vier Prozentpunkte gefehlt, um dann wirklich in Summe zu bestehen. Wichtig auch, da stehen dann immer so Prozentzahlen, also 60 Prozent oder 100 Prozent Bestand. Die Summe muss stimmen. Also es kann auch mal sein, dass ihr in einem Bereich vielleicht 57 Prozent hattet, was jetzt vielleicht gar nicht genug wäre, aber vielleicht war der Bereich in Summe nicht so wichtig, war nicht so schwer, ist nicht so ins Gewicht gefallen, sodass in Summe halt ihr wieder bestanden habt. Das kann auch mal sein, dass vielleicht noch zum Einordnen, wie so diese Auswertung sich zusammensetzt. Absolut. Und an der Stelle ist es vielleicht auch ganz hilfreich, die Schwerpunktverteilung der Prüfungsbereiche im Kopf zu behalten. Wenn ihr euch erinnert, gewisse Bereiche, zum Beispiel Setup, hatten einen Prozentsatz von 20 Prozent und andere jetzt einen von sieben Prozent. Das heißt, es macht natürlich auch Sinn, ein bisschen Schwerpunktverteilung zu lernen. Und wenn man für sich selber das Ganze zusammenrechnet, schaut, nicht einfach nur alle Zahlen addieren, sozusagen, die man jetzt auf dieser Prüfungsauswertung sieht, sondern dann auch genau zu unterscheiden, bin ich jetzt in einem Bereich, der in Anführungsstrichen weniger wichtig gewesen ist, wirklich drunter gewesen oder habe ich jetzt einen der beiden Kernbereiche eher noch nicht ganz drauf gehabt. Das ist dann natürlich auch unterschiedlich relevant oder unterscheidet sich dann natürlich in der Auswertung. Genau, jetzt kommt noch eine Frage. Hat die Zertifizierung ein Ablaufdatum? Ja, die hat ein Ablaufdatum und es gibt auch regelmäßige Release-Exams, die man durchlaufen muss, damit man eben die Zertifizierung auch wirklich gültig hält. Aber keine Sorge, das ist keine komplette Prüfung wie jetzt das erste Mal, sondern das funktioniert über Trailhead. Der ein oder andere kennt das vielleicht schon. Ich glaube, du hast es gerade auch mal aufgemacht. Richtig, genau. Wir können ja kurz wieder auf den Bildschirm gehen. Was ihr im Prinzip machen müsst, ist, wie schon eben gesagt, es gibt einen Trailhead, diese sogenannten Maintenance-Exams oder Trails und im Prinzip zu jedem Release oder ihr müsst immer wieder euer Examen erneuern und müsst einen dieser Trails machen. Ihr bekommt das Ganze auch angezeigt. Also wenn ihr euer eigenes Profil, ich kann mal ganz kurz mein eigenes Profil eröffnen, hier tatsächlich steht bei mir auch zum Beispiel Wartung fällig. Das habe ich jetzt heute Vormittag zum Beispiel auch erledigt. Ihr bekommt dann eine E-Mail, ihr hinterlegt ja eine E-Mail-Adresse auf eurem Trailhead und da wird euch dann gesagt, hey, macht bitte jetzt bis zum, in dem Fall steht, wenn ich jetzt hier auf Wartung gehe, ach, hier unten steht es genau, bis zum 5. April 2024. Also es wird euch ein ganzes Stück vorher gesagt, das steht jetzt an. Da werden auch noch mehrere Erinnerungs-Mails verschickt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwann gesagt bekomme, übrigens, du hast jetzt keine Zertifizierung mehr. Das wird schon kommuniziert und das, was ihr machen müsst, ist wie gesagt auch nicht so wild. Ich habe jetzt hier ein Beispiel für den Administrator sogar, was ich jetzt heute gemacht habe, um kurz vielleicht zu zeigen. Hier gibt es einen Trail, der ist ein bisschen länger als der durchschnittliche, aber hier steht auch geschätzte Zeit, etwa 10 Minuten. Und hier unten muss ich jetzt einige Quizfragen beantworten. In dem Fall sind sie jetzt schon beantwortet gewesen. Und hier habe ich jetzt noch eine Hands-on, ja, etwas, was ich in einer Sandbox anpassen muss. Das war allerdings auch innerhalb von heute. Hier steht 20 Minuten. Ich habe nicht länger gebraucht dafür. Also das ist nicht so wild. Genau, ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Also Release-Examen, die sind kostenlos. Da müsst ihr nicht nochmal euch irgendwo anmelden oder was für bezahlen. Es funktioniert über Trailhead, das heißt, es ist keine typische Prüfungssituation, sondern es geht wirklich darum, dass ihr einfach das lest, was jetzt zum Beispiel in den letzten Releases von Salesforce dazu kam. Die Fragen beziehen sich meistens auch auf die neuen Funktionen oder eben, wie du es gesagt hast, gibt es manchmal auch eine kleine Hands-on-Challenge, wo man vielleicht mal ein neues Feature, Dynamic Forms war jetzt zum Beispiel vor kurz mit drin, mal mit umsetzt und dann gibt es den Automatismus, den man vielleicht auch von Superbatches etc. kennt, wo da einfach geprüft wird, ob das, was ihr umgesetzt habt in der Umgebung, auch dementsprechend, was das Ziel war. Und danach ist eigentlich die Zertifizierung erstmal wieder gültig bis zum nächsten Release-Examen. Also die macht man wirklich regelmäßig, aber ich glaube, mehr als eine halbe Stunde bis maximal eine Stunde muss man dafür nicht einplanen. Und es ist natürlich auch keine Hürde, sondern Salesforce hat einfach drei Releases im Jahr und die wiederholen sie. Es gibt neue Funktionen jedes Mal und die möchten wir natürlich auch mit zu den Nutzern hinbringen. Und ich glaube, da sind die Release-Examen ein Hebel, wie man da auch einfach die verschiedenen Salesforce-Admins, Salesforce-Nutzer darauf aufmerksam machen kann, was es an neuen Features gibt auf der Plattform. Okay. Was passiert denn noch so danach? Kriege ich eigentlich ein Zertifikat oder sowas? Habt ihr euch was eingerahmt, über den Schreibtisch gehangen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ausgedruckt habe ich mir so nicht. Ich bin dann happy in den Urlaub geflogen. Also auch sehr gut. Ja, aber man kriegt dann per E-Mail einfach Bescheid, kriegt ein Zertifikat. Das wird dann auch angebunden an den Trailhead-Account. Man sieht dann quasi, man ist Admin und das wird dann schon auch zelebriert. Jetzt auch in der Firma war es eigentlich sehr cool, dass das dann immer gefeiert wird, wenn jetzt jemand eine neue Zertifizierung hat. Und genau. Sehr cool. Also ich kann das auch dann auf LinkedIn und so weiter hinterlegen. Das haben ja auch viele, dass man das einfach sieht und nach außen auch sichtbar macht. Ist ja auch interessant für einen, für persönlich und für die persönliche Karriere, sein Wissen mit solchen Zertifizierungsprüfungen dann auch bestätigen zu lassen. Genau. Sehr gut. Sehr schön. Und bei dir hat es dann auch noch geklappt? Definitiv. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Also haben wir jetzt zwei zertifizierte Admins. Sehr schön. Ja, mit Blick auf die Zeit kommen wir, glaube ich, auch langsam zum Ende unserer heutigen Session. Vielleicht noch mal in die Runde gefragt, ob es noch Rückfragen gibt, ob noch irgendwas unklar ist. Dann nutzt gerne noch die paar Minuten. Ansonsten würde ich auch darauf hinweisen, dass wir beim nächsten Mal nicht auf den dritten Donnerstag im Mai gehen, sondern auf den vierten. An dem dritten ist hoffentlich keiner verfügbar, weil das ist ein Feiertag und da solltet natürlich auch ihr euch alle eure Feiertage genießen, die freie Zeit genießen. Das heißt, das nächste Webinar findet statt am 25.05. Und dort werden wir uns um das neue Release von Salesforce kümmern und einmal zeigen, was es so an neuen Features gibt. Was wir cool finden, wo wir schon lange drauf gewartet haben. Okay. In dem Sinne, ich sage danke an euch beiden. Vielen Dank auch an die ganzen Teilnehmer und für die Fragen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön auch. Danke. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.